Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herzbrück im Nürnberger Land, heute mit dem Posaunenchor aus Kirchen-Sittenbach. Bald ist der Dank an unsere Kunden das Jahrbuch 2022 bei Ihnen in der Post. Es ist die Nummer 27 seit dem ersten Kalender im Jahr 1997 und bitte benachrichtigen Sie uns unbedingt, sollte es bei Ihnen nicht angekommen sein, aber vor allem, wenn wir Ihre Postadresse noch gar nicht haben. Wir gönnen uns einen dritten Weihnachtsfeiertag und sind ab Mittwoch, den 28. Dezember, an allen Werk- und Samstagen für Sie da. Bitte vereinbaren Sie für zwischen den Feiertagen rechtzeitig Termine mit uns. Nach der Startenzeit wird es auch wieder ruhiger. Die spannenden Kochshows der Konsumenta mit den Wirten mit Werten und Heimat auf dem Teller schneiden wir nach und nach auch für Sie als Video. Anfangen möchten wir mit der Kocheinrichtung Nummer 9 mit Karpfen und Roter Beete von Diana Bürkel vom Wirtshaus und Thomas Schwab vom Schwabhof. Herzlichen Dank an Michael Freist von FrankenLive. Die allgemeine Begeisterung für unsere höhenverstellbare Küche teilt auch Alexander Herrmann. Von dieser Küche haben wir ein ausführlich beschreibendes Video mit 2 Minuten 30 Sekunden geschnitten und natürlich auch die Homepage aktualisiert. Es ist wirklich eine Freude, wie gut die Technik, die nicht nur die Arbeitsplatte verstellt, sondern auch alle Schränke mitnimmt, oben ankommt. Es gibt ein Gerät, das steht aus meiner Sicht überall. Und das ist der Miele Druckdampfgarer. Uns bestürzt das neue Gerücht, dass Miele keine Druckdampfgarer mehr herstellen will. Bevor wir uns jetzt alle mit Klebstoff an die Deckel kleben, werden wir mal wieder einen offenen Brief an die Herren Zinkern und Miele schreiben. Schreiben Sie uns doch, was Sie am Druckdampfgarer so schätzen. Und keine Angst, wir haben noch mindestens 20 Jahre Ersatzteilgarantie auf die bestehenden Geräte. Über Ausziehtische kann man trefflich diskutieren. Manche Menschen finden sie super toll. Deswegen haben wir hier mal eine Sonderseite zu allen Techniken, insbesondere die mit integrierten Platten gestaltet. Und einen kleinen Spielfilm haben wir auch darüber gedreht. Unsere erste Outdoor-Küche haben wir auf der Consumenta vorgestellt und bei uns auf der Terrasse im schweren Einsatz und Joël als Koch getestet. Auch diese können wir ganz nach ihren Wünschen in allen Größen in Einzelanfertigung für Sie herstellen. Und dazu gibt es auch eine neue Seite. Unsere erste HiFi-Anlage aus fränkischen Kirschbaum begeisterte viele Besucher. Die ersten Nachfolger davon sind schon in der Fertigung. Alles zur Technik und Preis ist auf der Homepage für Sie aufgelistet. Der Relax-Hessel Daydreamer ist in einer Sonderaktion bei IKORI. Kommen Sie zum Probebesitzen, wann immer Sie Zeit haben. Unsere Messer von Nesmo gemachten nicht nur den Köchen, sondern auch unseren Besuchern beim Testschneiden richtig Freude. Das Beste, wir bekommen diese Messer auch in Ihrem Wunschholz. Wir werden also bald die ersten Stücke Elsbeere nach Solingen schicken. Gerne packen wir Ihre Wunschholzart dazu. 2010 begannen wir für Elektromobilität zu werben und jetzt endlich fährt unser erstes eigenes Elektroauto. Damals förderten wir zusammen mit vielen anderen befreundeten Sponsoren die Elektro-Rallye Emiglia. Deren Maskottchen hat uns an Elektra-Woman und Dinagirl erinnert zwei Powerfrauen aus dem Jahr 1976. Wir wünschen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr und freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Bis bald! Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!